Das Wichtigste in dem Geschäft ist Ehrlichkeit. Bestechung. Erpressung. Anstand und Fleiß. Mord. Organisiertes Verbrechen. Familie. Man darf nie vergessen, woher man kommt. Wer ist dieser Kerl? Jeder Mensch hat seinen Platz in der Welt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist man jemand, oder man ist niemand. Wir verstehen uns. Amerikas Staatsfeind Nummer 1 ist der Drogenmissbrauch. Meine Firma verkauft ein Produkt, von dem die Konkurrenz nur träumen kann. Und das zu einem weit niedrigeren Preis. Der bringt die Welt ganz schön ins Banken. Richter, Anwälte, Cops, Politiker. Wenn man den Drogenschmuggel unterbinden würde, wären 100.000 Leute arbeitslos. Meine Ermittlungen deuten darauf hin, dass Frank Lucas im Drogengeschäft über der Mafia steht. Er bezieht den Stoff direkt über eine Quelle in Südostasien. Er lässt die Mittelsmänner aus und schleust über das US-amerikanische Militär unverschnittenes Heroin in die Vereinigten Staaten ein. Niemals hat ein Scheißnicker geschafft, was der amerikanischen Mafia in 100 Jahren nicht gelangt. Wir haben ein Problem. Wir können überall hin, Frank. Und laufen weg, verstecken uns? Das ist mein Zuhause. Hier habe ich mein Geschäft, meine Frau, meine Mutter, meine Familie. Das ist meine Heimat und hier bleibe ich. Ordnung muss doch sein. Wichtiger als jedes Menschenleben ist die Ordnung. Ich schwöre euch, ich ziehe meine Knarre und blase euch euer scheiß Hirn raus. Die haben versucht, meine Frau umzubringen. Harlem ist mein Revier. Ich war für Harlem da und jetzt ist Harlem für mich da. Frank Lucas ist der gefährlichste Mensch, der durch die Straßen unserer Stadt geht. Vielen Dank.